Für eine maximale Genauigkeit beim Arbeiten mit Section Control können die pneumatischen Drillen von HOSCH mit Roll Control ausgerüstet werden. Die modifizierten Roll Control Verteiler-Türme können jedes Seysha einzeln zu- und wegschalten, ohne die Querverteilung zu beeinträchtigen. Damit auch die Ausbringmenge bei der veränderten Arbeitsplatte gleich bleibt, muss zusätzlich natürlich auch die Drehzahl des Dosierrotors angepasst werden. Wenn man sich den Weg der Körner im Luftstrom ansieht, fällt auf, dass die Körner nicht in dem Moment, in dem der Dosiere zu drehen beginnt, auch im Turm ankommen. Dies wiederum bedeutet, dass der Dosiere die Saatgutmenge früher anpassen muss, als die Klappen im Roll Control Verteiler-Türme schalten. Aus diesem Grund benötigt man für Roll Control Maschinen nicht nur die Section Control Zeit, also die Zeit, wie lange die Körner vom Dosiere bis zum Seysha brauchen, sondern auch die Dosiere-Turm-Zeit. Also die Zeit, welche die Körner vom Dosierer bis zum Verteiler-Turm brauchen. Nur dann schalten die Klappen nämlich auch erst, wenn der Volumenstrom sich passend verändert hat. Die Schwierigkeit besteht aber darin, die Dosierer-Turm-Zeit zu ermitteln. Dies muss nämlich manuell geschehen, indem man die Zeit misst, die die Körner nach dem Einschalten des Dosierers bis zum Turm brauchen. In unserem Fall dauert dies 2,6 Sekunden. Das bedeutet, dass die Roll Control Klappen im Turm erst 2,6 Sekunden nach dem Motor schalten dürfen. Zum einen ist diese Zeit für eine exakte Ausbringmenge notwendig. Zum anderen kann es bei einer falschen Dosierer-Turm-Zeit auch passieren, dass man den Turm mit einer zu hohen Materialmenge verstopft. Zusätzlich wird dann noch die allgemeine Section-Control-Zeit mit einbezogen, sodass keine Fehlstellen oder Überlappungen entstehen. Bei Maschinen mit mehreren Tanks benötigt man für jeden einzelnen Tank die Dosierer-Turm-Zeit, aber nur für jeden Boom eine Section-Control-Zeit. Dafür wird immer die Section-Control-Zeit des Tanks verwendet, welche am weitesten vom jeweiligen Boom entfernt ist. Ihre Maschine wird Ihnen im Menü für Zeiten auch immer sagen, welche Zeiten sie genau benötigt. Vielen Dank.